Herzlich Willkommen zurück zum Operation Flashpoint Cold War Crisis Let's Play. So, wir sehen immer noch der David Armstrong, Rufname AlphaSchwarz6. Und wir sind in der Mission 3B, Alert. Ja, wir haben unser Feldlager aufgebaut und jetzt sind wir nach Morton zurückgekommen. Und können da ein bisschen spannen. Morton ist ja die erste Ansiedlung oder Dorf, die wir eingenommen haben hier auf Erdogan. Und unser Leutnant kehrt nach Lemul zurück und unsere Zelte zu begutachten, quasi unser Feldlager. Ja, Notizen, ja es gibt nicht viel zu tun. Und wir entspannen uns mit unseren Kollegen, unseren Kameraden. Und, ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Starten wir mal den Hobel hier. Men, this evening you can put your feet up and relax. You've earned it. I'm going back to the move. You're in charge. Alles klar. Hawley übernimmt das Kommando. Ach, entspannen. Nach diesen, nach diesen, nach diesen paar actionreichen Stunden. Ja, hier haben wir unser kleines Feldlager. Ja, schon mal. We won't be doing much relaxing this evening. Oh, yeah? If you ask me, the fun's over. Whoever's been causing trouble has got the message in the most. You wanna bet? Yeah, sure, I wanna bet. What do you wanna bet? I don't know. How about, we get shot at this evening, you give me your digital. If we don't get shot at, I'll give you my mini munchies. Okay, but you have to admit, it sounds real quiet out there. There's another magazine. Okay, now I have three magazines and four hand grenades. That's good. Is there anything else? No. Is there anyone copy? I am under heavy fire at location Delta Charlie six four. Urgent assistance required. Please respond. Repeat. I'm under heavy fire at location. Oh. Go to three. One, two. DC 64. Da oben. God damn it, let's go. All units report immediately to the center of the village. Papa Bear, give me an infantry carrier. Lieutenant needs backup and location Delta Charlie six four. Scheiße. Da greifen wir unseren Leutnant an. Oh, board M-113. Roger. Der unser Feldlager inspektieren wollte. So, ab in den M-113. Alles klar. Two, waiting. Four, waiting. Three, ready. All. Go to Delta. Delta. Six, four. Huch. Mal kurz hier. Gibt's hier noch was. Kann ich noch was aufnehmen? M60 Magazin aufnehmen. Ja, klar. Dann leg ich doch noch. Noch mal mit. Ja, so ist schon besser. Boah. Ja, auch hier in Flashpoint schon richtig detailliert. Von innen die Fahrzeuge. Wir sind wieder in so'n M113 jetzt. Ich habe keine Ahnung gehört. Ich habe keine Ahnung gehört. Ich habe keine Ahnung gehört. Nein, er ist wahrscheinlich nur ein Mann oder nicht. Du weißt, was er mag. Wahrscheinlich nur ein Mann für seine Exerzise. Das ist kein Exerzise, Socher. Der Kommander ist in Problem. Und wir können nur hoffen, dass wir ihn in Zeit kommen. Der Truppentransporter sitzt. Und ich weiß, was man kommt. Und dann wird man einfach so mitten im Gefecht rausgesetzt. Das finde ich ziemlich cool. Alles klar. Oh. Okay, der Jeep scheint da vorne zu sein. Oh, da vorne. Da ist er. Da kriegt er irgendwas weg. Let's move out. Go, go, go. Stick together and stay near the road. Alles klar. Wir sollen uns nahe bei der Straße halten. Ich speichere mal eben einmal. 12 o'clock. Soldat 200. 10 o'clock. Soldat 200. 3. Target Soldat. 8. Engaging. Soldat 200. 10 o'clock. Die M60 hier. Hat auch als Beinnamen. Pick. Wegen... Also Schwein. Wegen dem... 10 o'clock. Soldat 200. Äh... Geräusch, was das macht. Beim Schießen. Toll. Da haben sie unseren M113 abgeschossen. Geil. Linke Seite. 4. 4. Target Soldat. 10 o'clock. Enemy. Soldat 200. Wo verstecken die sich? 3. Target Soldat. 11 o'clock. Soldat 100. 100. I've got it. Papa Bear. This is Alpha Squad. We need backup and transport. Delta Charlie 64. Do you copy? Over. 3. Target Soldat. 2. Target Soldat. Oh. Moves. 3. 11 o'clock. 8. Engage. Soldat. 7. Target Soldat. Jaaah. Komm her. Fick euch richtig. Spastis. 4. 4. Is down. 1. Injured. 8. Supporting Officer. 4 o'clock. I've got it. Roger! Oh scheiße. Sind hier dann quasi so ein Hinterhalt geraten. Da oben? Lief da was? Mal entspannen. Scheiße. Heide. Wo schießt der? Irgendwo schießt doch noch jemand. Oh da ist er. Unser Leutnant. Unser Leutnant. Oh da ist er. Hat er denn hier von da hinten irgendwas gesehen? Da. Da ist einer. Wo ist er jetzt da? Komm her! Ach, Scheiße. Nachladen. Komm her! Stirb! Okay, der scheint tot zu sein. Da war was im Wald eben. Hier ein bisschen bei meinen Leuten bleiben. Da! Komm her, ich krieg dich! Komm her! Na? Ist er endlich tot? Wie fährend das? Natürlich nicht. Bisschen Hilfe ist immer gut. Engage in will. All move to zero nine one. All disengage. All move to three twelve o'clock. All board truck. Three ready. Five ready. Five ready. Ja, haben wir schon wieder richtig lustig eingesteckt. Nine ready. Ten ready. Ich komm schon. Nine. Hattet auf mich. Two ready. Three waiting. Seven waiting. Five waiting. Five waiting. Komm rein da mit uns. Ja, sind wir richtig schön in einen Hinterhalt geraten. Oh, hier. Kann ich noch ein Magazin aufnehmen? Das machen wir doch gleich noch mal. Richtig schön in den Hinterhalt geraten. Unser Leutnant. Und unser M113 haben wir gleich mit erledigt. Super. Echt geil. So, was ist jetzt eigentlich unser Plan hier? Nehmen Sie Verbindung zur Verstärkung auf. Und kurz. Fliemu. Liemu. Ja, toll. Eigener Stützpunkt. Ja, hoffentlich haben Sie den hier auch überfallen. Dass wir den hier noch zurückbeobachten müssen. Oh. Jetzt gescheitert. Einsatz abgeschlossen. Sie haben die gegnerischen Streitmacht ausgeschaltet. Allerdings kamen Sie zu spät, um den Leutnant zu retten. Nach dem Einsatz geht es weiter nach Liemuul. Ja. Wie waren wir erledigt? Zwei Leute. Okay. Ja, geht ja. So, okay. Dann sind wir hier mal durch. Und wir sehen uns dann... Ne, erstmal mach ich hier nochmal weiter. So much for Uncle Sam's finest. For all our sakes, please, get your act together. Or there'll be trouble. Okay. Zum Ort Montyrk. Alles klar. Gut. Jetzt sind wir hier in der nächsten Mission. Mission 4. Und hier mache ich erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Take care is, ciao. Sch nic.